Was ist die Maske und die Maske? Wenn Sie eine Nasenmaske oder eine Mund-Nasenmaske mit gebogenem Schlauchanschluss verwenden, versuchen Sie, Ihre Maske zu Hause während Ihrer abendlichen Routine zu tragen. Dies könnte Ihnen helfen, sich an die Maske zu gewöhnen. Wenn Sie weiterhin Schwierigkeiten mit der Schlaftherapie haben oder Sie feststellen, dass Sie die Maske im Schlaf verlieren, sollten Sie sich von Ihrem medizinischen Betreuer oder Ihrem Arzt beraten lassen. Das ist die Maske-Baronix.